Ein Freund errettt Frauenprodukte und ich werde ihm in allem zu 100% zustimmen. Also das ist so zum über die Lippen, dass sie so voluminös werden, oder? Ja, richtig gut. Das wusste ich doch. Ja. Okay, Nummer 2. Das ist doch, wenn man schwanger ist, dann nimmt man doch, macht man so hin, dann holt man die Babymilch da raus. Ja. Echt? Ja. Irgendwie kam mir das nicht bekannt vor. Okay, Nummer 3. Das ist so eine Nagelzange. Zum Abschneiden, ne? Ja, zum die Fingernägel. Ja, richtig. So, dass sie auch gleich rund sind. Ja, genau. Okay, nächstes. Also ich glaube, dass man das über die Finger macht, damit die nicht aneinander kleben, wenn man die Finger lackiert hat. Ja. Echt? Genau das. Ja. Richtig. Okay, last one. Das können wir nicht sagen. Das ist nicht jugendfrei. Doch. Nein, guck sie doch an. Baby. Weißt du? Nein. 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 Bis zum nächsten Mal.